Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren RPG-Weltvorstellung auf meinem Servat Rig. Ja, es gibt jetzt eine zweite Map und hier wird es, wie ihr hier unten seht, das Schwarze Reich und das Weiße Reich geben. Und ich sehe nichts. Hallo! Da hat einer, der heißt Tigre 4, ist auch ein OP, hat hier schon mal begonnen Schwarze Reich machen. Und der Mega-Cool-Man, auch ein weiterer OP, hat hier angefangen das Weiße Reich machen. Natürlich wird alles noch ein bisschen verbessert, Details und so eingebaut. Und diese zwei Reiche sind die Elite-Reiche. Da in diese Welt kommen nur diese Spiele, die sich wirklich sehr gut verhalten haben. In der normalen RPG-Welt zum Beispiel gut gekämpft haben, schon mal König waren oder sonst irgendwelche Sachen. Und hier ist ständiger Krieg zwischen den zwei Reichen. Also, ja, jetzt hier immer Action geben. Und ich werde natürlich hier auch kämpfen. Aber, ja, das ist alles ganz, ganz neu. Und gestern waren wirklich neun Menschen online. Die meisten waren natürlich die OPs, aber auch andere, Freiwillige und so, waren drauf. Dankeschön dafür. War sehr, sehr nett. Und es gab auch sehr viel in der anderen Welt, als in der normalen RPG-Welt. Das sieht man jetzt hier. Und hier habe ich kein Game-Mod mehr. So, zum ersten Mal hat Tigre IV hier mal angefangen mit dem Gelben Reich. Er wollte zuerst König vom Gelben Reich sein. Aber dann hat er gesehen, ah, das Schwarze Reich brauche auch einen König. Dann hat er das genommen. Das habe ich ihm dann gelassen. Und, ja, jetzt ist das Gelbe Reich frei zur Verfügung. Dafür einen König oder einen Bauleiter hier bauen. Und wenn wir jetzt hier in diese Richtung gehen, dann seht ihr, 100 Blöcke habt ihr frei für eine Stadt zu bauen. Das ist dann die Spornia-Stadt. Dort wird alles einfach erklärt zu den Völkern. Und hier beginnt das Orange Reich, weil Gelb und Rot zusammen Orange gibt. Und das ist einfach so ein Reich, das ein bisschen den Krieg sänftigt. Zuerst muss man nämlich das Gelbe Reich ein bisschen, also man muss eine Schneise schlagen durch das Reich. Also das alles einnehmen, damit man das andere Reich angreifen kann. Und das findet in Schlachtfeldern statt. Das ist ja zum Beispiel das erste Schlachtfeld. Einfach neutral. Also da wird niemand bauen können von den zwei Reichen. Und von den anderen natürlich auch nicht. Und hier wird, ja, hier ist einfach alles frei. Da könnt ihr zerstören, was ihr wollt. Aber eben nur dann, wenn das Reich, also das Schlachtfeld geöffnet wurde. Wenn beide Reiche, Rot und Gelb, zustimmen, dass man hier betteln soll. Dann ist es hier frei. Und in diesem Gebiet könnt ihr dann betteln. Aber hier ist noch nicht viel gemacht. Gehen wir mal zum Grünen Reich. Dort wurde viel relativ gemacht. Dankeschön an Emodam. Der hat hier mir geholfen. Hat hier zum Beispiel, also ich habe hier Bäume gesetzt jetzt. Ein bisschen Natur, also ein bisschen Gras und Pflanzen. Hier das Dock habe ich gebaut. Der Turm dort wird nochmals abgerissen. Den finde ich jetzt nicht mehr, nicht so gelungen. Das hat er zum Beispiel gemacht. Das sieht man mit Worldedit. Hat er einfach ein bisschen, ja, mir gezeigt, was so ein schöner Turm ist. Und hier drüben ist noch ein ganz, ganz unfertiges Dungeon-Projekt. Und das ist, ähm, ja, ja, weil es momentan sehr langsam laden. Tut mir leid. Aber das ist irgendwo hier. Kann ich nicht schneller fliegen. So, hier ist es. Also seht ihr, alles mit Worldedit ein bisschen gekloppt. Er wird natürlich das alles schön viel, schön detailliert bauen. Und hier ist es noch nicht fertig. Bin auf. Bye, bye. Aha. Okay. Ja. Und da oben, das habe ich das letzte Mal gezeigt. Ja, es lädt nichts. Es lädt nichts. Hier ist es Born. Ja. Dann ist es hier oben. Jetzt. Okay. Hier ist die Rumorshalle. Da seht ihr die verschiedenen Reiche. Zum Beispiel eben gelb und rot. In der Mitte ist orange. Und hier ist zum Beispiel braun. Hier ist hellblau. Und hier ist hellgrün. Und, ähm, ja, eben, wenn jetzt zum Beispiel das gelbe Reich mit dem blauen Reich Krieg will, muss, äh, es, ähm, ein Teil davon, also einfach ein Durchgang. Die müssen bündig sein, die zwei Reiche, damit sie Krieg führen können an dieser Stelle. Aber nur an dieser Stelle. Und wenn sie mehr Krieg wollen, auf mehr Schlachtfelden, müssen sie mehr Schneisen bauen. Und eben diese vier Eckreiche, dort gibt es keine Spieler. Das Reich ist einfach dazu da, um neutral zu sein und halt eingenommen werden mit den verschiedenen Gebäuden, die zwar zerstört werden kann und umgebaut werden kann, aber, ja, halt einfach verinnerlichen, dass dort mal ein anderes Reich war. Und bitte, ähm, 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 dann Gebäude nicht komplett zerstören oder so. Sonst müssen wir das immer wieder aufbauen, wenn es mal wieder neutral ist. Nach einiger Zeit wird, werden die Schlachtfelder wieder neutral. Also eben, wenn kein Krieg mehr auf den Schlechtfeldern ist, dann wird das wieder neutral. Und hier seht ihr, ja, die zwei Elite-Reiche. Hier habt ihr dann die Rummishalle auch für diese zwei Elite-Reiche. Und, ja, wir freuen uns auf jeden Bauherren. Und, ja, redet einfach mit den Bauleitern. Die stehen unten auf einem, ähm, ja, auf einem Schild. Und dann könnt ihr fragen, ob ihr zum Beispiel Bauleiter des Blauen Reich sein wollt. Oder dem Gelben Reich oder sogar dem Schwarzen Reich. Aber dazu müsst ihr zuerst Elite sein, weil wir wollen nicht, dass irgendwelche 0815-Bauherren hier bauen. Ja. Und, ähm, ja, es ist ein komplett interaktives Ding. Also, wenn ihr Vorschläge habt, Verbesserungsvorschläge, wenn ihr irgendwie Kritik zu Gebäuden habt. Oder, wenn ihr halt die ganze Zeit angegriffen werdet oder so. Nur zu, teilt es mir oder jemand anderes, der OP ist, mit. Und, ja, äh, wir machen das Beste. Wir bauen das alles aus. Wir sind dran. Es wird natürlich ein gigantisches Projekt. Aber, ja, es wird alles. Und wir haben wirklich super Unterstützung bekommen. Es geht jetzt also natürlich viel schneller. Und, ja. Dann sage ich wieder Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Eure Drago Basler.